Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Film von There is no light. Im letzten Part haben wir das absolute hier unten vervollständigt und auch quasi den Gegner erledigt. Ich wollte noch mal schauen ob wir jetzt bei den einen irgendwas machen können mit dem besten. Nachdem wir das ja nicht konnten und ich jetzt noch mal die tageszeit geändert hat. Das war, das war, das war, das war, nicht bei dem Rindimmer, sondern beim Archiv. Ich glaube mein zweiten Punkt unten links irgendwo. Mal schauen ob er noch da ist. Nachdem wir da an der Seite hätten, nur irgendwie der meinte, dass er ein bisschen mehr Zeit braucht, bevor er uns was geben kann dafür. Jetzt ist alles, was ich brauche hier. Vielen Dank Mensch, ohne Hilfe hätte ich das Buch nie fertiggestellt. Ich versprochen werde ich dich nicht mit Lern hin zurücklosten, aber hab Geduld, ich muss noch etwas erledigen. Ja, was genau, was musst du erledigen? Das verstehe ich nicht ganz. Eigentlich sollte ich alles haben, was du benötigt. Theoretisch. Das verstehe ich nicht ganz. Mit den Büchern hier kann ich auch nichts machen. Das verstehe ich nicht. Okay, was ein paar von denen sind zum Lesen. Ein paar sind einfach nur die Cover, kann man auch nichts genau draus mit machen. genau so ist sie auch mit dem schwert zu finden auch ein kristall oder als eine verbesserung ich glaube es hat wohl auch was mit ihnen zu tun ich konnte da jetzt nicht zu finden ich kann auch mal schauen ähm so ganz gut schauen also man muss den typ zuerst befreuen haben wir getan danach sollen wir ihn hier unten treffen und dann habe ich das beste hier auch bekommen ich verstehe es nicht ganz wieso wieso bekomme ich da das beste hier auch nicht doch nicht die letzte schwertverbesserung oder weniger verstehe ich gerade nicht ganz vielleicht muss ich ihn einfach noch ich meine ich habe ihn jetzt zweimal oder viermal angesprochen nicht alles bereit mensch dies ist eine kopie meiner arbeit es beschreibt orte und kreaturen unserer unterirdischen welt ich bin viel gereicht ich habe Dinge gesehen ich hoffe dieses Buch wird dir auf deinen Reisen helfen sie ist durch es enthält eine Menge faszinierende informationen es enthält eine Menge faszinierende informationen es enthält eine Menge faszinierende informationen ich scheine auf meiner Reise einige seiten verloren zu haben Wenn du sie also findest, kannst du sie ins Buch zurücklegen und meine Arbeit vollständigen. Danke für deine Hilfe, Mensch. Ich hoffe, es war nicht zu schwierig. Okay. Also es war einfach nur, wir mussten ihn nochmal ansprechen. Gut, damit hat sich das mit dem Bestiaum gelöst. Wo man nochmal alles findet. Einmal das Weiß man ja. Und die Augen des Neugeborenen verstehe ich auch nicht ganz. Wenn ich die verwende, gibt das glaube ich nur Karma oder so. Da meine Kamera lässt sich sowieso schon voll ist. Bringen wir das nicht. Aber ja. Da kann ich ja noch ganz schnell schauen, ob da wirklich nichts zu finden. Und... 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 Ich denke, ich gehe nicht zu rangehen. Ich glaub das ist einfach nur allgemeines Zeug Ähm, sehr schwierig Selbstmöchtes jetzt eingebe... Binde ich nichts dazu Na, ich kann noch... Zwei Zeichwelle quasi zurückgreifen Ich auch dieses Team-Diskussions-Ecke Wo ich auch ein paar Sachen gefunden hab Ich habe den Ecke Also laut dem Kommentar Diskussion ist der Verwendungszweck einfach nur das die Kamerreste zeigt Okay. Ja, wieso nicht? So, und was macht das? Jeder, der auf einen Feind oder einen zerstörbaren Umgebung gewährt, wenig Wut. Jetzt zieht aber die Anzahl der Heilungssplätze auf 3. Schöne Heilung nehme ich gern. Ich habe auch 20. Ne, das geht hier nicht aus, dass ich da alles noch reinstecken. Oh, ich habe eine 10 übrig. Ich habe gerade noch eine 20. Das hat mich gerade verwirrt. Oh, ich habe eine 10 übrig. 2, 4, 7. Ich habe 7 zu wenig, um alles auf Wachstum zu kommen. Aber ich meine, es gibt sicher noch ein, zwei Gegner irgendwo. Na weh, gehen wir zur Hauptstation. Da sollen wir eigentlich hin. Ich denke, jetzt sehe ich schon wieder. Ewigkeiten. Aber auch Zeit. Um weiterzukommen. Äh, wir sind in der Zwischenzeit schon 15 mal gestorben. Hm, was ist hier noch? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Shhh. Keroonu. 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 Das einzige was jetzt noch fehlen würde auf fast 100% wären die sieben Seelen. Also, Tuliszenzone. Werke und die haben sich erhoben. Die meinst du mit den Spinnen und ich nehme dann die von Rudorn. Und dann geben wir nochmal Tuliszenzone. Okay. 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 Eigentliche Aufgabe ist es hier. Die Hand zur Leading. Okay. 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 All right. Okay. Hey, 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 megrall. Es wäre schön gewesen, wenn hier niemand ist. Heilung. Wäre ich auch direkt verwenden. Ich glaube nicht, dass ich noch... Obwohl wir besser haben als brauchen. Jemand zuhause? Große Hand. Töne Hand. Ja, ich glaube nicht. Und jetzt habe ich noch eine Unbeänigung mit einem Schlepen. So wenn ich dieses Schlepen einfach nicht mache. Okay, 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 ich hab leichtes Problem. Okay, 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 okay. Die Hand ist übel gelungen, schlecht drauf. Und jetzt zum nächsten Mal. Ja, wir konnten sie erledigen. Okay. Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht, dass ich das verstehen muss, was überhaupt passiert ist. Kann ich mit ihm noch reden? Mensch, deine Spezies hat mich noch nie besucht. Nein, du bist kein Mensch. Ich kann es sehen. Aber aus irgendeinem Grund hat die dunkle Seite in dir nicht die Oberhand gewonnen. Es ist das Beste. Es bedeutet, dass du eine Chance hast, an die Oberfläche zu überleben. Der Krieg. Totaler, endloser Krieg. Wir hofften, dass er Rat ihn niemals sehen würde. Ich bin schon so lange hier. Ich hab dir mein Blut gegeben. Die Hand hat es pervertiert. Es ist weit. Es ist weit. Aber nichtsdestotrotz war es ein Teil von dir. Die Hand hält mich am Leben. Aber mit ihrem Tod fühle ich, dass die Kraft mich verlässt. Lebe wohl, Mensch. Du wirst auf deinem Weg viel hart werden und Herausforderungen leben. Ich hoffe, du wirst sie mir jetzt über dir vertragen. Ich werde das nicht mehr so viel zu tun. Ähm. 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 Okay. Ähm. Also haben wir hier eigentlich irgendwas zu der Hand? Ähm. Ähm. Du hast dich entschieden, an so ein blutiges Spiel mit deinen Messern im Rücken desjenigen zu beenden, der sich um dich gekümmert hat. Man konnte nichts anderes, als in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Es hätte so gut geändert, wenn du die hirnlosen Tötungsmaschine geworden wärst, wie ich angedeutet habe. Warum geht immer alles schief? Wenn du hier bist, bist du auf die falsche Reise aus deiner Mutter gekommen. Aber du hast mich überrascht. Du hast meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Du sehnst dich nach Freiheit. Nun, dann musst du den letzten Test bestehen. Lass uns eine Wette abschließen. Wenn du gewinnst, lass ich dich gehen und tun, was du willst, wenn du verlierst. Ich werde deine Stile absorbieren, wie ich es geplant habe. Warum schaust du es mir überrascht? Glaubst du, dass ich Wohltätigkeit betreibe? Ich habe schon. Zeig deinen Papus an mir die, was du gelernt hast. Also, das ist hier drauf. Das ist nichts. Ich war schon. Ich bin zu Ende. Hier habe ich auf den Ziel. Ich habe mich trotzdem eine Sonnenbekannte. Es gibt nichts mit Wohltätigkeit. Ich bin bei dir. Ich bin bei mir. Ich bin zuerst. Ich bin auf die Forge勁wpflichtig. Ich war schon ganz gut. Okay, ich glaube, ich muss das jetzt nicht sicher haben. Okay, ich kriege noch eine Chance. Ja, ich kriege noch eine Chance. Okay. Okay. Und dann räumen wir das Ganze nochmal. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 von der Community her, was ich jetzt gesehen habe, sehr unterschätzt ist. Beziehungsweise da gab es halt jetzt nicht viele Einträge im Internet. Man kann auch daran liegen, dass ich vielleicht die falschen Merkmale gesucht habe manchmal. Meine Steam-Diskussion kann da doch ein bisschen geholfen. Zumindest bei ein paar Sachen, wo ich selbst nicht mehr wusste, wie ich dann weiterkommen soll. Oder wo ich jetzt eigentlich noch zur nächsten Waffe komme. Ist ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dass das nicht linear, sondern dass man halt spielen kann, wie man es möchte. So wie ich es jetzt wirklich gemacht habe, dass ich fast bis zum Ende keine Extra-Lebens-Upgrade geholt habe, weil ich es halt einfach nicht wusste und wie gesagt, sich da nichts wirklich dazu gefunden habe. Ich hatte da ja, glaube ich, mal irgendwo mittendrin versucht zu suchen, ob es irgendwas gibt, wo ich mehr Leben herbekommen oder keine Ahnung habe und habe dann einfach schlichtweg nichts gefunden habe. Aber ja, auf jeden Fall ein relativ spannendes Spiel. Und die Bosse waren sehr fordernd. Manchmal. Manchmal auch nicht erst existent. Je nach Boss und je nachdem, ob man da schon Waffen hat oder nicht. Ja, gut. Damit danke ich mich, wenn man das mal fürs Zusehen. Die letzten Wertungen dauert euch voll noch. Wenn ich sowas wollte, könnte ich kein Raude lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder. Ciao. Ciao.